Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und im heutigen Video dreht sich mal alles um die Crew in der ich Mitglied bin, what the fudge Viele von euch haben mich nämlich angeschrieben und gefragt, wieso ich denn oben rechts im Video in der letzten Zeit immer so einen kleinen Cookie drin habe und das ist nämlich das Logo meiner Crew in der ich jetzt Mitglied zusammen mit Fraps bin, die what the fudge Crew der Glitch Boss schlechthin Freytrain hat uns beide nämlich in diese Crew reingeholt und in dieser Crew sind wirklich nur richtig krasse Glitcher aus den Vereinigten Staaten und aus England das ist wirklich eine richtig besondere Ehre, dass wir die einzigen beiden Deutschen sind, die in dieser Crew mit dabei sind Wir haben in dieser Crew noch Leute drin wie Straight Up, Yukio Expert, den besten GTA 5 Modder, den es auf der Welt gibt Antihero Life, den Vice President unserer what the fudge Crew und natürlich den Boss, den Glitch Boss schlechthin Freytrain, what the fudge So Leute, im Hintergrund seht ihr auch schon gerade unser neues what the fudge Mobil Das ist nämlich das Auto, was wir uns gegönnt haben, auch in der neuen Crewfarbe mit Perleffekt heißem Pink Dieses Auto könnt ihr euch für 120.000 Dollar bei 10000WarsSupercars.com gönnen Und Leute, gönnt euch dieses Auto, denn bald haben wir wieder einen Livestream am Start Mehrere Infos gibt es in den nächsten Tagen dazu Und da würde es mich echt freuen, wenn ihr mit der Karre vorbeischauen würdet Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr die Karre nicht kaufen wollt, gerne beim Livestream vorbeischauen Außerdem Leute, haben wir jetzt in GTA eine neue Crew aufgemacht zusammen Fraps und ich zusammen haben die Crew what the fudge in GTA aufgemacht Und diese Crew ist wirklich für jedermann offen Ihr könnt gerne dort reinkommen und die Crewfarbe ist eine richtig krasse gemoddete Crewfarbe Und dort seht ihr auch gerade schon, im Hintergrund habe ich dann noch auf diese Crewfarbe den Perleffekt heißes Pink draufgelegt Und jedermann kann in diese Crew reinkommen Ich verlinke euch die Crew auch gerne mal unten in der Videobeschreibung Und dann könnt ihr auch Mitglied in der what the fudge Crew sein Natürlich bin ich auch noch weiterhin in meiner eigenen Crew der World's Finest Gamer Crew mit Die ist auch schon wirklich fast voll Danke Leute, dass wir dort schon fast die 1000 Mitglieder erreicht haben Ich glaube mittlerweile sind es fast irgendwie 980 oder so 20 Plätze sind noch frei Leute Und da könnt ihr dann auch wie gesagt auch gerne reinkommen in die World's Finest Gamer Crew Aber die ist allerdings fast voll So Leute, wenn ihr jetzt denkt so ich habe die World's Finest Gamer Crew verlassen Nein, müsst ihr euch auch keine Sorgen machen Ich bin in beiden Crews mit drin Und wenn ihr jetzt denkt ihr müsst euch für eine Crew entscheiden Das müsst ihr auch nicht Ihr könnt einfach in beide Crews reingehen Ihr könnt auch noch in Frap seiner Crew reingehen Ihr könnt schließlich bis zu 5 aktive Crews haben Beziehungsweise in 5 Crews drin sein Und eine davon ist aktiv So Leute, ich bin aber auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus Checkt alle What The Fudge Mitglieder aus Die unten in der Videobeschreibung verlinkt sind Und dann sehen wir uns im nächsten Video Und auch bald im Livestream mit dieser geilen What The Fudge Karre wieder Und dann macht's gut Bleibt gesund Haut herein Und ciao Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal